Jakob, zehn Jahre, er behauptet, ich schaffe in einer Minute mehr Eskimo-Rollen als Olympionico und Profi-Kanute Hannes Aigner. Jakob beginnt als Herausforderer das Duell, du legst dann nach. Wer die meisten Rollen schafft, hat das Duell gewonnen. Im Falle eines Gleichstandes hat Jakob als Herausforderer verloren. Klein gegen Groß, auf Los geht's los. Eine Minute hast du Zeit. Gutes Tempo. Noch 30. Noch 20. 20 noch. 15. 10. 25. Stopp, Jakob, stopp, 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 stopp. Sehr gut, Jakob, tolle Leistung. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt an die Glocke. So, jetzt geht's weiter. Auch dir viel Glück und Erfolg, wenn wir natürlich Jakob die Daumen drücken. Okay, du kannst loslegen. Da legt er los wie die Feuerwehr. Ja, jeder hat seine eigene Technik, ne? Müssen wir erst mal sehen, ob er die so durch... Ja, jeder macht das anders, ne? Zehn Rollen hat er. Aber er muss das natürlich jetzt auch durchhalten. Jetzt ist eine halbe Minute rum. 17. Erst mal gucken, ob er das Tempo hält. Ah, das wird ein Tick langsam aber. Noch sieben Sekunden. Ah! Einer hat er nicht gepackt. Einer hat es, stopp. Da guckt mich sehr fragend an. Es waren 26, das heißt, du bist der Sieger in diesem Duell. Hannes! Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek und hier gibt's das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Amself Fass im Großen Amherst Amap Vielen Dank.